Das sieht ja super aus, was wir sehen an den Märkten. Tatsächlich hat der DAX an seiner Unterstützungswolke, ich habe sie so genannt, gestern erst mal angehalten, ein bisschen schon mal losgedreht, heute jetzt mit Gap. Ihr seht das hier beim Index, sogar nach oben eröffnet. Hey, also schöner kann es doch gar nicht sein, oder? Also schöner als so eine Bewegung, die wir hier jetzt haben. Zack, erst mal hier auf diese Unterstützung aufgesessen, die wir seit langem ja hier schon eingezeichnet haben, die leider etwas unkonkret ist, also nicht auf einen Millimeter genau eben, aber irgendwie so 15.200 hat er unterschritten, 15.100, aber ist noch eben in dieser Wolke voll drin, die 100 noch nicht unterschritten gehabt. Also das sieht doch super aus und jetzt so ein toller Anstieg. Tatsächlich gefällt mir das auch aus charttechnischer Sicht ganz gut, denn nicht nur, dass die Marktteilnehmer hier irgendwie einen Abpraller hingekriegt haben, das sieht auch noch sehr dynamisch nach oben aus und man hat so ein bisschen den Verdacht, Mensch, könnte das nicht ein Impuls sein. Wir können mal auf den Future gucken, wie das Bild da aussieht. Da haben wir noch so ein bisschen hier die Unterbrechung, aber eigentlich egal, welchen dieser beiden wir jetzt hier angucken, wir haben hier vorne so eine Knubbelbildung, wir hatten hier so eine Korrekturbildung. Also es sieht schon irgendwie danach aus, als ob das überschneidungsfrei hier mit den Wackelphasen hier eben aussieht. Das würde ernsthaft die Chance eben ermöglichen, Mensch, da geht doch noch mehr. Was bräuchten wir jetzt? Wer also hier schon eingestiegen ist, wir hatten schon drüber gesprochen, die Mutigen, ist nicht jetzt mein Stil, sage ich ganz ehrlich, aber hier jetzt einfach blindlings reinzugehen, wobei wir beim DAX dazu sagen müssen, wenn wir hier auf Tagesbasis gucken, wir hatten ein bisschen überlegt, ob wir hier vielleicht einen Hammer bekommen, aber es hatte sich angedeutet gestern schon und bis zum Tagesende ist es noch hochgegangen. Das ist eigentlich keine Hammerkerze. Ja, es ist ein Bornbar für diejenigen, die das wollen. Hier beim Index hätte man es allerdings gar nicht nutzen können, denn der Kurs ist ja drüber gegappt. Für den Future allerdings ist es ein Bornbar, wenn ihr die Werte noch sehen wollt. Für diejenigen, die damit was anfangen können, ich blende sie hier mal an der Seite ein, dann könnt ihr euch das nochmal genauer angucken, wie da unsere Mindestzielbedingungen sind. Das nimmt allerdings überhaupt keine Rücksicht drauf. Das ist ein sehr stupides, aber durchaus interessantes System, was wir gerne auch eben umsetzen, um irgendwo reinzukommen, um irgendwo so ein bisschen Bewegung mal mitzunehmen, wenn der Markt dann lostritt und irgendeine Range oder eine Wende da eben verlässt und dann eine Range verlässt. Lassen wir das nochmal weg. Immerhin haben wir diesen tollen Anstieg und was man noch machen kann, wenn man hier keinen Einstieg gefunden hat, dass man dann sagt, okay, wenn wir hier einen Schub jetzt nach oben kriegen, ja, den haben wir doch gerade, ja, ich kann es hier nochmal in vier Stunden schalten. Diesen Schub, den gibt es ja schon. Wenn der jetzt irgendwann mal eine Korrektur macht und früher oder später wird er eine Korrektur machen, das ist nicht untypisch, ja, dass wir irgendwie so eine Bewegung haben, die mal zwischendurch mal so kleinere Pausen hat, fünfwellig ist und wenn dann irgendwie was dreiwelliges, ist ein bisschen unsymmetrisch, aber eben was dreiwelliges hier passiert, quasi in die Mitte wieder zurück, nimmt er diese Länge, nimmt ungefähr die Hälfte. Und wer es konkreter haben will, der macht vom tiefsten Punkt zum höchsten Punkt und hat dann die Fibonaccis, die 50er Marke hier und ein bisschen höher, nämlich die 38,20, ein bisschen tiefer, die 61,8. Das wäre so in etwa die Zone. Und wer sich jetzt wünscht, Mensch, sag doch mal die Marken laut, das macht aus meiner Sicht im Moment noch überhaupt gar keinen Sinn, denn wenn der jetzt in den nächsten Stunden noch dahin klettert, muss ich die Zeichnung natürlich von hier bis da oben hin zeichnen. Das ist der Grund, warum wir jetzt mal aus der Praxis bezogen nicht jetzt schon diese Zeichnung machen, das macht ja gar keinen Sinn, sondern sobald der Kurs anfängt, hier so ein bisschen nach unten zu kommen, dann können wir sagen, ah, guck mal hier, da ist so ein bisschen Schwäche, dadurch verifiziert sich das als vorläufiges Hoch und dann kann ich von hier unten bis da Fibonacci einzeichnen, die 50er Marke und wer keine Fibonaccis da hat, der kann die Hälfte in etwa abschätzen. Ich glaube, das ist eine zumutbare Aufgabe. Der kann die Hälfte in etwa abschätzen, wer Fibonacci zur Hand hat, 38,20, na, das machen wir nochmal besser hier, 38,20 bis 61,8. Das wäre dann mein Wunschrücksetzerniveau. Und wenn das Ganze korrektiv ist, nochmal zur Erinnerung, für die Newbies, wie man so schön sagt, das ist eine Korrektur, wenn die Gegenbewegungen überschneidend sind. Oder wenn wir eine A, B, C haben, ist es eine Gegenbewegung. Vorsichtig! Da weiß ich noch nicht, ob der Kurs tatsächlich dreht oder doch weiter nach unten geht. Deshalb ist nicht hier zwingend der Einstieg, sondern eigentlich erst dieses Triggerniveau. Man kann, so ähnlich wie wir das hier gestern beschrieben haben, hier Mutige zuerst, wenn hier eine Umkehrkerze ist, wenn hier ein Indikatoren-System zum Beispiel so, kann man sagen, komm, ich versuche es schon mal. Dann bin ich früh mit dabei. Ich akzeptiere, dass ich häufiger mal daneben liege. Aber wenn es gut geht, habe ich relativ niedrig meinen Einstieg. Nicht erst da oben dann quasi beim Bruch, sondern schon irgendwo hier in dem Umfeld. Und dann habe ich eine viel bessere Chance-Risiko-Verhältnis. Wer ein bisschen mehr Trefferquote haben will, der braucht irgendeine Bestätigung. Und ein sehr simpler Ansatz, nicht zwingend der beste, aber ein sehr simpler ist, wartet darauf, dass das Zwischenhoch hier rausgenommen wird. Und wenn es eben doch nicht A, B, C ist, sondern irgendwie wackelig hier runter geht, dann habt ihr quasi das gleiche Spiel. Einfach letzte Zwischenhoch, wenn das hier so relativ ähnlich ist. Entschuldigt. Wenn das hier so ein bisschen Trendkanal-mäßig ist hier, dann habt ihr da die Orientierung. Das wäre dann der Trigger. Kann also dann ein bisschen tiefer sein. Also, das sieht doch schon mal gut aus. Der DAX hat einen guten Steilpass geliefert. Der ist schon mal klasse. Jetzt ist die Frage, wenn der Ball sich senkt, ob man die Flanke richtig annehmen kann. Sprich, wenn das Ding hier jetzt ein bisschen korrektiv, idealerweise mit hängenden, also manch einer sagt auch eine Flangenformation dazu, dann haben wir eine recht realistische Chance, das nochmal fortzusetzen. Wann passiert das? Es kann durchaus sein, dass das erst da oben passiert. Im Prinzip bleibt das gleiche. Und die Erwartungshaltung, die hoffnungsvolle, das, was wir vorne haben, kriegen wir hinten nochmal. Kann aber auch sofort passieren. Und wer jetzt sagt, ja, kann immer so oder so, ja, macht ja nichts. Das muss ich ja eh erwarten. Das sehe ich. Viele sagen immer, ja, man sieht das erst im Nachhinein. Ist richtig. Aber ich muss ja auch erst handeln, wenn ich das Ding sehe. Und dann habe ich ja noch Zeit, die Order vorzubereiten, wenn er dieses hoch durchstößt. Also, insofern ist das gar kein Makel, sondern durchaus ein Feature, dass man sagt, ja, dann warte halt ab, diese Bewegung. Dann siehst du sie ja auch. Und dann hast du alle Zeit der Welt, wenn der Kurs hier ist, dann zu sagen, hier ist jetzt mein Einstieg. Und wenn er nochmal einen braucht, ja, dann ist dann halt hier mein Einstieg. Ich habe also jedwede Zeit, die ich brauche, diese Order vorzubereiten. Tipp, arbeitet ein bisschen mit Alarm. Setzt euch ein Alarm dann, dass ihr da informiert werdet, wenn was passiert. Wer meine Charts ein bisschen intensiver kennt, der weiß, ich habe super viele Alarme immer drin, auch eben mit Alarmmarken, damit ich sehe, was passiert da gerade. Ja, gut, dann hat sich das mit dem Bären ja jetzt erledigt. Von wegen hier, Rüdiger, schlechte Stimmung, kann ja gar nicht schief gehen mehr. Muss ja jetzt zwangsweise nur noch nach oben gehen. Ist das tatsächlich so? Naja, ganz so einfach ist es noch nicht. Das ist jetzt erstmal ein bullisches Bild. Das ist ja durchaus auch in Ordnung. Aber ich will nur mal sagen, wir hatten hier eine ähnliche Situation. Auch hier hätte man gesagt, ja, komm mal hier, ihr ganzen Pessimisten. Ja, an der Stelle gibt es sicherlich noch hier. Tolle Situation. Dann gab es hier eine Pause. Das war jetzt hier eine Seitwärtskorrektur, aber auch ja eine Pause. Und nachher nochmal die Fortsetzung nach oben. Das ist nicht das erste Mal. Schub nach oben. Und dann die Pause. Und dann die Fortsetzung nach oben. Also all diejenigen, die jetzt begeistert sind und sagen, ich habe es immer gewusst, es kann nur bullisch werden. Naja, meine Aussage ist nicht DAX 20.000, sondern meine Aussage ist, das, was vorne ist, hinten nochmal. Wird vorne länger, wird hinten auch länger. Wie lang das wird, das werden wir ja dann sehen. Das ist nicht immer so mit dem Länger. Hier haben wir gesehen, das war hinten schon ein bisschen krückenmäßig kürzer. Aber das ist nur Groborientierung, woran man sich so halbwegs orientieren kann, wenn man seine eigenen Trading Ideen dann umsetzen will in der Geschichte. Also, es ist nicht so schlecht, was der DAX im Moment macht. Das lässt ja hoffen, dass es zumindest vorläufig nach oben geht. Und das, was wir hier beim DAX haben, diese komische Unterstützungszone, dass sie erstmal nicht mehr angegriffen wird. Gute Voraussetzungen also für die Geschichte, Rücksätze abwarten und dann was machen. Das scheint hier sinnvoll zu sein. Dann ist doch auch für Amerika alles in Ordnung, denn die Amerikaner machen ja immer das, was die Deutschen, ach nee. Dann gucken wir uns da den Dow Jones an. Wie sieht der denn aus? Auch der hat hier so ein bisschen die Wende gehabt. Sogar so halbwegs mit so einem Wendeanzeige. Ich habe es gestern erwähnt. Hier seht ihr das? Heute hat er das hier nach oben getoppt. Also das wäre theoretisch hier schon eine Long-Position. Wir hatten darüber gesprochen hier und beim S&P. Beim S&P haben wir es ja ein bisschen konkreter gemacht. Ich habe es zwar nicht als Trade des Tages machen können, aber ich habe es so intensiv besprochen. Das, glaube ich, konnte jeder selber nachvollziehen. Die Geschichte. Dann ist doch jetzt alles in Ordnung. Dann muss es doch jetzt hier nach oben gehen, oder? Na, mit dem Müssen an der Börse ist es immer so eine Sache. Gucken wir uns doch mal genau an, wie so dieser Anstieg aussieht. Das ist relativ einfach. Dann gucken wir einfach vom tiefsten Punkt. Wir zoomen mal raus vom tiefsten Punkt. Hier jetzt im 4-Stunden-Chart. Okay, das war hier. 4-Stunden-Chart, 5-Minuten-Chart. Okay. Der Teil sah gut aus. Schub hoch, wackelig runter und nochmal eine Fortsetzung nach oben. Aber da hat die Bewegung ja nicht geendet. Das ist der tiefste Punkt. Das ist der höchste Punkt. Und jetzt bildet ihr euch ein Urteil. Sagt ihr doch mal. Ist das eine geile Bewegung? Naja, geht so. Wenn ich das insgesamt angucke, sehen wir, dass wir da eine Pause gemacht haben. Dann haben wir hier eine kleinere und hier eine kleinere. Und jetzt sind wir wieder. Das ist doch maximal korrektiv, wie das aussieht. Also die Begeisterung, die im Moment beim DAX herrscht, scheint sich beim Dow nicht wirklich wieder zu spiegeln. Wir hatten bei beiden den 5-Minuten-Chart angeguckt. Beim DAX, Future und Index sah das so aus. Beim Dow Jones, das ist von Angst geprägt. Das ist nicht, nö, 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 kann ja gar nicht schief gehen. Also ich bin sehr verdächtig, wollte ich sagen. Ich hoffe, ich bin nicht verdächtig. Aber mir scheint das hier sehr verdächtig, was der Markt im Moment macht. Ich habe den Eindruck, dass die Marktteilnehmer nicht richtig dran glauben, an die Geschichte. Jetzt habe ich das so schön erzählt. Es gucken einfach zu wenig diese Videos. Also wir sehen, dass die Marktteilnehmer offensichtlich in der Masse nicht so diese Begeisterung zahlen. Sonst hätten sie das DAX-Modell gefahren. So. Oder von mir aus auch mit Pausen zwischendrin. Aber diese Pausen mit Abstand. Und nicht wie hier, wo man sagt, was soll das denn? Es ist also, die Qualität ist diese hier. Ja, vorher ging es auch runter. Ja, also was ist der Unterschied zwischen diesem und diesem? Ja, ihr habt die Größe natürlich. Klar, der ist ein bisschen kleinteiliger. Ja, aber, ne, senkrecht runter danach. Nicht ganz, aber fast senkrecht runter. Also wir müssen damit rechnen. Mir gefällt das persönlich nicht, dass der Markt nochmal die Biege macht und dass er sagt, nicht so. So nicht. Zumindest, was den Dow Jones angeht. Wir gucken uns gleich die anderen nochmal an. Wie kann man jetzt den Dow Jones vielleicht nochmal ins Handeln bringen? Gibt es mehrere Varianten. Variante 1 ist, Schub runter, wackelig hoch. Das ist ja gleiche, was du uns beim DAX erzählt hast, nur umgekehrt. Ganz genau. Das Prinzip gilt immer. Habt ihr eine Schubrichtung, habt ihr eine Wackelrichtung, ist die Voraussetzung gut, dass sich die Schubrichtung nochmal fortsetzt. Das war hier schon doof im Ansatz. Das heißt, da hat man entweder dann vorher schon irgendwie versucht, seine Gewinne noch so halbwegs zu retten, wenn man hier eingestiegen ist. Vielleicht ist man auch mit Plus, Minus, Null raus, weil es nicht so toll war. Aber es war ja auch nicht so toll. Das ist ja nicht so schlimm. Aber die Voraussetzungen sind eigentlich ganz gut, wenn der Kurs korrektiv hingeht, dass wir das von vorne nochmal bekommen. Und auch hier gilt das Gleiche. Ist der sogar länger, dann ist auch der hintere Teil typischerweise länger. Und wir können davon ausgehen, dass dahinten noch mehr Platz ist. Das ist nicht immer so. Das ist kein ungeschriebenes Gesetz. Aber das ist eine Daumenregel, mit der man ganz gut sich orientieren kann, wenn es dann heißt, ja, sagen wir mal ungefähr wenigstens, ja, ungefähr so groß. Eine andere Variante, die man fahren kann, die ich euch schon fast wieder als ein Trade vorschlagen kann, ist, naja, jetzt haben wir hier so halbwegs einen Trendkanal. Wie können wir den malen? Oben ist das ganz okay. Unten passt es jetzt nicht so ganz. Unten würde man vielleicht noch so auf den Trichter kommen. Also ich sage mal so, Vermutige wären das hier, ne, nehmen wir das hier, wären das hier mögliche Einstiegssignale, notfalls auch noch das, wobei ich den zu weit weg finde. Also, wenn der Kurs hier durchgeht, dann mit der hoffnungsvollen Erwartung, naja, es war ja die falsche Richtung, so ähnlich wie hier, dann sehen wir auch noch mal die Marke. Also, die Kuh ist noch nicht vom Eis. Das kann man noch nicht sagen. Und das Eis ist dünn. Also, schauen wir es uns an, was er macht. Das ist hier ein relativ aggressiver Einstieg. Wir handeln diese Fortsetzungstraits an den Marken nicht. Deshalb ist das jetzt nicht zwingend eine Empfehlung. Müsst ihr unbedingt machen, ich mache euch reich. Aber zumindest als Filterwirkung habt ihr, also wenn diese Zwischentiefs hier gerissen werden, dann ist eigentlich irgendwas hier unten drunter. Kann auch viel tiefer sein, ging ja hier auch deutlich tiefer noch drunter, unter dieses Tief. Aber irgendwie unterhalb scheint mir sehr plausibel. Das ist nicht ganz zwingend. Ja, es gibt noch für die Profis unter euch eine Restchance, dass das ein Leading ist. Aber dann sollte das idealerweise noch korrektiver sein. Dann kann man sagen, ja komm, zwischenhoch hier wieder gehe ich rein. Machen wir nie, weil Leadings bin ich immer sehr angefasst. Mag ich überhaupt nicht. Ja, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Leading ist, für einen Impuls und Zigzag, das ist unter 15%. Dann mag ich nicht davon ausgehen, das nehme ich hier bei den niedrigen Wahrscheinlichkeiten. Aber es kann natürlich passieren. 15% ist nicht nix. Ja, ein Sechser zu würfeln ist kaum weniger wahrscheinlich. Aber wenn man sagt, ah, ich riskiere alle mein Geld, das nächste wird ein Sechser. Hm, kritisch. Ja, also dann seid vorsichtig bei dieser Überlegung. Wenn das hier korrektiv ist, dann kann man hier versuchen, an der Stelle einen Lung zu machen. Aber dann wartet da noch mal ab, was da passiert. Für mich ist also dieses hier als Zwischentief nicht so sehr mein Lieblingseinstieg. Was mich aber wieder begeistern würde, wäre eben genau das, was ich euch angedeutet habe. Das wäre jetzt wieder meine Fassung. Müssen wir noch warten, bis er das hier macht. Wenn er das macht, bin ich da ganz zufrieden erst mal. Und vielleicht kann man dann auch sagen, Mensch, Rüdiger, aber du hast doch eh gesagt, dass die Chance, wenn er hier durch die Dinger da durchgeht, dass es dann bis hier runter geht, muss ich dann wirklich bei dieser 1 zu 1 Projektion, also vorne und hinten gleich, muss ich dann hier wirklich Gewinne schon mitnehmen? Man kann dann auch sagen, naja, jetzt läuft es, dann lasse ich es laufen, ziehe einfach meinen Stop hinterher auf den Einstieg oder in die Nähe des Einstiegs und dann kann ich noch mal drauf setzen, dass er tiefer geht als diese Tiefmarke, vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer. Viel gekleire, aber eigentlich relativ einfach. Das ist korrektiv. Der muss sich schon sehr bemühen, um die Bullen hinterm Ofen vorzulocken. Ja, was ist, wenn er das durchstößt? Naja, erstmal diese Marke hier, alles andere gucken wir uns dann gemeinsam nach dem Wochenende an. Das müssen wir jetzt noch nicht breit treten. So, dann haben wir noch den S&P 500. Der ist ebenfalls auf dem Weg nach oben und der ist zumindest ein bisschen besser drauf, wobei man sagen muss, naja, ein bisschen überschneiden sieht das auch aus, aber nicht ganz so deutlich wie beim Dow. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, die S&Pler, die halten sich die Optionen noch mal offen. Also es ist wahrscheinlich wieder once more der Techmark, der das Ganze hier treibt. Ob der Dow da wirklich mithält, das werden wir sehen. Aber die Chance besteht. Insbesondere beim S&P finde ich das übergeordnete Szenario, was ich hier gezeichnet habe, so schön. Es wäre doch eine Schande, wenn das jetzt nicht passiert. Also Jahresendrallye jetzt wäre eigentlich ganz passend, auch wenn ich es beim Dow noch mäßig begeisternd finde. Aber muss man sich ja nicht auf den Markt konzentrieren, was der doof aussieht. Allerdings muss man fairerweise dazu sagen, wenn ich das hier angucke, Anstieg auch hier ganz klar wackelig und hier wieder der Anstieg, hier wieder wackelig und dann hier noch mal hinten ein Fünfweller mit kleineren Korrekturen hinten dran. Auch hier würde ich von mir aus sogar noch mit Augenzwinkerei, den hat keiner gesehen hier im Fünf-Minuten-Chart, zumindest mal erwarten, dass wir korrektiv runterkommen. Also hier würde ich noch eher eigentlich das Bild erwarten, was zum DAX passt. Beim Dow sieht es nicht so gut aus. Möglicherweise macht der Dow dieses hässliche, weniger wahrscheinliche Szenario mit, wenn der Gesamtmarkt das macht. Das heißt, beim Dow würde ich aber die Long-Seite nicht handeln wollen, sondern das lieber beim S&P. Das gefällt mir dann doch deutlich besser. Also sprich, wenn der wackelig wieder in die Mitte zurückgeht, wer das hier bisher verpasst hat, kriegt da vielleicht noch mal eine sinnvolle Einstiegsmöglichkeit hier. Die wird aber wahrscheinlich erst was für nächste Woche, also nach dem Wochenende. Da können wir uns das dann noch mal in Ruhe angucken. Das Bild sollte beim Nasdaq ähnlich sein und ist es auch tatsächlich. Auch hier haben wir den Schub hoch. Auch hier haben wir die erste Korrektur. Dann haben wir wieder einen Schub hoch. Dann haben wir hier irgendwie eine Knubbelbildung. Hier kann man auch fast sagen, es ist überschneidungsfrei. Mit fast ist es immer so eine Sache. Aber naja, im Fünf-Minuten-Intraday-Chart, da kann schnell mal sein, dass da irgendeiner kurz drüber gedippt ist und dann ist okay. Also auch hier würde ich sagen, das Nasdaq und S&P-Bild ähnlich. Beide machen guten Eindruck. Lass ihn aber jetzt mal zurückkommen. Wie weit wäre so ein Rücksetzer? Das gucken wir jetzt im Vier-Stunden-Chart an. Da mal relativ konkret. Also fünfwellig nach oben, von da unten bis zum aktuellen Hochpunkt. Ideal wäre es aus meiner Sicht, wenn der Kurs jetzt korrektiv hier reingeht, in diese Kiste nochmal korrektiv. Dreiwellig oder von mir so mehrmals wackelnd in diese Kiste reinläuft oder in diesem, die Höhe, also die Kiste geht auch länger notfalls, da reinläuft. Dann wäre das ein später Entry. Wahrscheinlich aber erst in der nächsten Woche. Das werden wir heute wohl nicht erleben, denn er braucht ja auch ein bisschen Zeit, um gemächlich darunter zu kommen. Also zusammengefasst. DAX, gut, macht einen guten Eindruck. S&P und Nasdaq machen einen guten Eindruck. Alle drei warten jetzt auf eine Korrektur. Wenn die wirklich korrektiv ist, echte Einladung für einen neuen Long. Das werde ich mit euch nächste Woche dann nochmal durchgehen. Entweder ganz konkret als Trade des Tages beziehungsweise im Bond for Trading dann natürlich auf den entsprechenden Approved Setup-Listen oder aber beziehungsweise und hier nochmal in oberflächlicher Form im Video-Format, damit ihr selber auch ein bisschen Spaß habt, daran rum zu pusselmuckeln. Dow Jones, naja, ich habe es erwähnt, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen aktuell. Also nicht zu sehr die Finger verbrennen, nicht alles in eine Richtung orientieren. In diesem Sinne euch alles Gute, liebe Grüße und bis bald. Ich habe's ja auch mit Beziehung in die Richtung und das kommt dann ab und nach der Öffentlichkeit. Also nicht das war's für mich.